Ich weiß nicht, ob dahinter noch Lara ist, muss ich mal gucken, sonst könnte ich mir noch ein bisschen Obsidian einpacken. Schaden kann es ja nicht. Ach, da ist eine Arbeit, die ist richtig nervig. Aber, jetzt haben wir das angefangen, jetzt machen wir das auch erstmal weiter. Die Ebene haben wir ja gleich auch geschafft. Na du, hängst du sie da wieder ab? Ja. Hm. Ich glaube, da setzen wir auch ein Befestival hin. Sicher ist sicher. Jetzt sind wir schon bei Ebene 8. Können wir noch eine runter, ups. Und dann müssen wir die Steine setzen. Hier den Boden hier, den Steinziegelboden kommt hier dann noch dahin. Deshalb müssen wir noch eine Etage tiefer. Die Ebene werden ja auch noch ausgekleidet damit. Also irgendwie höre ich immer was. schon voll die Hallos hier. Schon voll die Hallos hier. Keine Diamanten mehr. Das waren alle. Glaub ich ja mittlerweile. Fünf. Da ist ja nicht die Welt gewesen. Da hat die Glücksspickzack aber auch nichts gebracht. Das hätten nämlich ruhig ein paar mehr sein können. So. Weiter geht's. Immer wieder rundherum. Ich habe auch noch einen Drehwurm. Oh, ich bin voll. Der ist das denn. Wieder nicht aufgepasst. Ach komm, dann nehmen wir die direkt auch mit. Dann laufen wir nicht umsonst zurück. Call of Duty Ghosts habe ich ja auch angefangen gehabt. Fällt mir gerade ein, Let's Play zu machen. Aber da habe ich nach fünf Folgen abgebrochen. Die erste Folge war auch nur einen Tag online. Danach habe ich es wieder rausgenommen. Weil wir dann doch ein bisschen, ich weiß nicht, solche Spiele sind für ein Let's Play. Shooter. Naja. Ich habe es so durchgespielt. Fand ich angenehmer. Heute war auch ein schönes Ende, muss ich sagen. Habe ich mir auch schon auf was gedacht. Ich will ja nicht zu viel verraten. Das muss ich ja selber spielen. Aber war... Habe ich mir auch schon auf was gedacht. Sagen wir es mal so. Jetzt muss man schon wieder auf den nächsten warten. Ich habe da auch nur ein paar Stunden für gebraucht. Also ging eigentlich recht fix. Vielleicht zocken wir es ja nochmal durch als in Stufe schwer. Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen. Wie? Ich? Besser gesagt. So. Mache ich direkt die andere Tafel tiefer. Ja, ne. Glaube ich doch. Habe ich noch Platz? Fangen wir einfach mal an. Aber hier habe ich einen Stein mit. Nein, habe ich nicht. Da kann ich ja gleich gar nicht da. Dann machen wir das mal nur ab hier. Den lassen wir. Jetzt kann ich da gleich nicht mehr rauf springen. Gucken wie weit wir kommen. Machen wir das Inventar nochmal voll. Oh Gott. Der Schleim ist wieder da. Lass mich bloß in Ruhe. Ich sag euch das. Schnell daran vorbei an der Öffnung. Oh Gott. Ich glaube das nehme ich mal eben kurz mit. Ah, das ist doch mehr. Sehr schön. Mal ein bisschen Platz machen hier. Wann lassen wir hier nichts da haben. Oh, das ist schon Bedrock. Ich wusste es doch. Komm, da nehmen wir auch eben mit. Das geht am schnellsten. Sehr gut. Dann nehmen wir das auch mit. Schneller geht es ja gar nicht. Schön als einsacken. Sehr gut. Der Inventar ist schon fast voll. Das sind gerade in einem Schleim. Einmal mit dem Wasser weg. Ah, es ist stone. Wird mitgenommen. Oh, oh. Gleich im Doppelpack. Mit dem Blut finde ich ja voll lustig. Muss ich doch gleich mal in den Einstellern gucken gehen. Was man da alles einstellen kann. Nur mal so als Neugier. Ja, ja. Komm, dann machen wir mal Fackel hin. Das ist mir dann doch ein bisschen zu. Da kommt er denn. Gut, dass ich da nachgeguckt habe. Reisen nehme ich mit. Ah, noch mehr. Alter. Da auch. Noch ein Tiefner. Sehr gut. Und wir kommen jetzt hier wieder raus. Hilfe. Hilfe. Da habe ich ja mal eine massige Löcher zu stopfen. Gleich schon wieder voll mein Inventar. Dann haben wir es. Dann können wir es alles wegbringen. Warte mal legen, ob ich die Erde dann mitnehmen soll. Geht ein bisschen schneller. Aber ist egal. Machen wir hier die Runde erstmal weiter. Oh, gleich ist es voll. Aber ich kann nur noch ein bisschen, ne? Hier reinpacken. Dann ist der Rucksack auch voll. Da war wirklich kein Platz mehr. Oder geht nicht. Und dann? Auch nicht. Oder geht nicht. Oder geht Knall? Oder geht nicht? Issa. Oh Gott, ich schreibe mich nur noch mal meine Lochkiesfläche holen, denke ich muss später auch noch abbauen, für meine Ton, da passt da noch was rein, schade, du kannst es nämlich nicht, um das mitzunehmen, Platz, ne, aber noch, gut. Sehr angenehm mit Bandicam aufsehen, immer noch 240 Frames da zwischendurch, gut, da sind wir auch im Untergrund, da ist ja nicht viel Bewegung, sag ich jetzt mal, und neben doppelt so viel Frames habe ich auf jeden Fall lieber als mit dem Preps, Gott habe ich da wieder auch aufgenommen, war auch kein Thema, super funktioniert, also wie gesagt, Empfehlung von mir, schaut euch das mal an, kann ich immer nur wieder sagen, super Programm. Noch ist Platz, noch gehts. Musik Gleich haben wir es. Oh, nicht mit dem Schwert, hallo? Musik Musik Dann nehmen wir die Erde da auch mit, haben schnell das Inventar voll. Musik So, ist immer noch jede Menge Platz. Musik Ja, da hat er schon wieder die Rotze hochgezogen. Musik So was gehört sich nicht. Musik Gib dir mal nochmal ein Taschentuch. Musik Könnten sich hier nicht drunter nochmal ein paar Diamanten oder Gold verstecken. Musik Musik Gleich ist sie voll. Musik So, wo ist denn jetzt hier, äh, da. Musik 28, ein bisschen was kann man doch mitnehmen. Dann haben wir es aber. Schon im Auge behalten. Musik Ich bin noch Platz für Redstone. Äh, nö, doch 48, 42, doch da müssen wir gehen. Musik 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 Musik